Eine neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. 2012 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 960 Euro. KP International beantwortet gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.